ARD Text im Auftrag von Funk Welcome back an diesem halbschönen Zunstieg hier in der «Choice on Love» «Friends with Benefits and Casual Dating» heute unser Thema immer nur bei mir, Danja Schieftan, Bar- und Sexualtherapeutin ihrerseits. Und ihr seid auch noch mit dabei, «Choice.ch-Oner» könnt ihr eure Kommentare, eure Fragen in den Chat stellen und dann landet es wie schön, wie schon immer gesagt, bei uns in der Sendung. Und jetzt sagt der Bufzki «Wie sieht das gerade beim Casual Dating so wegen gesellschaftlicher Akzeptanz aus?» Das finde ich eine gute Frage. Ganz coole Frage. Das ist wirklich lustig. Sobald es um Sex geht, klingt alle ... Das ist ein ganz schwieriges Thema. Eigentlich finde ich das noch witziger. Das merke ich auch immer, wenn die Leute zu ihrer Therapie oder Beratung kommen und Anfragen haben, kommt immer zuerst eine lange Geschichte von wegen «Ja, ich hatte Mühe, es war mir total peinlich und total schwierig.» Warum? Ich komme überhaupt nicht raus. Also irgendwie, wenn doch Leute finden, das passt zu mir, das finde ich lässig, warum dann Sex etwas schwierig sein soll. Also wenn man Lust hat, einfach jemanden zu treffen für nur den Sex, dann soll das doch toll sein, dann muss das ja nichts peinliches sein. Weil eben, wenn man dann so tut, wie wenn das so etwas Spezielles wäre oder so etwas, was nicht so okay ist, dann sind wir wieder beim Thema, dass sich das andere Weg sucht. Also sprich, dass man dann einfach jemandem quasi vorspielt, dass man eine Beziehung möchte haben, aber eigentlich gar keine Beziehung möchte haben und nachher sind beide traurig. Da gibt es einfach mehr Komplikationen. Genau, weil der, der Sex, keinen Sex bekommt und der andere keine Beziehung bekommt usw. Also darum, ja, mehr als Antwort, ja. Die Gesellschaft scheint irgendwie einen Knurz damit zu haben, aber ich verstehe überhaupt nicht, warum. Aber wieso haben wir denn das Problem? Wieso stört denn uns das so fest? Weil man immer noch findet, Sex ist wie so etwas Spezielles. Im Sinn von ... Es ist schon etwas Spezielles, aber ich denke genau, weil ganz viele Leute verbinden, Sex geht nur mit Liebe. Wir haben ganz vorher auch schon das Thema von wegen Romantik gehabt. Also ganz viele Leute gehören das wie zusammen und man kann nicht Sex haben ohne Romantik. Das geht wie nicht. Ich bin wirklich so jemand, der sagt, ich habe wirklich das Gefühl, dass immer Gefühle dabei sind, bei dem Ganzen. Ja, aber es kommt immer darauf an, was für Gefühle. Es kann auch einfach sein, dass ich dich nett finde. Aber ich meine das emotionale, ich liebe dich dann bald Gefühle. Ja, nett ist kein Gefühl. Doch schon. Ich muss nicht verliebt sein, um Sex zu haben. Es gibt Leute, die nur in roter Unterwäsche Sex haben können. Also das heisst, das ist einfach Leute, die sich spezielle Arten angewöhnt haben, die halt einfach nur Sex haben können, wenn ein grünes Nachtlämpchen leuchtet oder eine Gummihände in der Gegend liegt. Das habe ich alles schon gehört. Aber das muss ja nicht sein. Also warum kann man nicht einfach sagen, der möchte das so, der will das so. Immer unter der Voraussetzung, der will das wirklich so. Ja, das finde ich wichtig. Und einfach das einladen und sagen, der kann selber auf sich aufpassen, der ist erwachsen, der ist genug gross. Und einfach sagen, Sex ist genauso ein Bedürfnis wie Essen, Trinken und Schlafen und aufs WC gehen. Ja, sehr gut. Ja, finde ich super. Dania, wir sind wieder am Schluss unserer Sendung. Ja, wir reden viel zu viel, wir zwei. Oh, ich höre, dass ich einen Handknochen nehmen muss. Hallo, liebe Regis, ist das gut? Kurz vor der Sendung stellt jetzt noch alles ab. Wenn wir noch ganz, ganz kurz zusammenfassen, bevor ich den lieben Leuten aus der Schau sagen muss, was soll man noch mal schauen, bevor wir so etwas anfangen? Ganz kurz. Ich finde es vor allem wichtig beim Friends with Benefit, dass man wirklich gut aufpasst hat, dass in unserem Freundeskreis Platz ist das jemand, den ich einfach mag und den ich gut unterscheiden kann, den ich gut damit leben kann, wenn der eine Freundin hat, wenn das so wieder auseinander geht. Das heisst, sehr, sehr gut auf sich aufpassen, einer wegen Casual Dating oder Friends with Benefits, ehrlich mit sich sein, ehrlich mit den Gefühlen umgehen, ehrlich zu schauen, was man braucht, was man will und auch den Mut zu sagen, so passt es für mich nicht mehr. Aber auch den Mut zu sagen, hey, ich will Sex haben und ich möchte jetzt nicht wegen der Beziehung eingehen, wenn man gar nicht Zeit hat. Okay, gut, sehr gut. Danke vielmals, Dania. Und euch, meine Lieben, danke vielmals fürs Mitschatten. Jetzt geht es weiter mit Türkisch anfangen, dann Neues und jetzt sage ich Tschau und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal spreche. Pause. detecting Vielen Dank.